... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Herzlich Willkommen in Späde. Als der Viertelfaus mit mir Kontakt aufgenommen hat, können wir dann zu hören, können wir die Kommunikation von Freislaufs machen. Habe ich zu vorhin ja gesagt. Warum? Wir als 30 stehen an vielen Seiten. Wir sind stolz und froh, dass sie reinhauen, dass sie für unsere Erlehrung das für unser Land wollen. Das ist einfach ganz wichtig, dass das hier auch mal öffentlich gesagt wird. Wir sind auch in der Region, die das hier noch nicht sehen. Wir sind auch in der Region, die wir in der Region können. Wir sind auch in der Region, die auch auf stärker industriell geprägt ist, sagen wir müssen Zusammenhalt, wenn es was geht, wir lassen sich in der Berufung einsteigen. Wir sind eine Region von Arbeit. Ob das in diesem Ziel ist, ob das im Handwerk gut ist, ob das Land ist, das kommt die Leute an, dass wir auch in der Grundlage, in der Leben, in der Frau ist, dass sie da positiv ist, dass wir uns da befürchtet haben. Die Leute können sich nicht in der Welt stehen, wir hören, dass wir auf der einen Seite landen flühen, dass wir auch so gehalten haben. Ich glaube, wir haben auch eine Sache gelernt. Es ist immer schön, dass wir uns da auch unabhängig in der Lage sind, dass wir uns in der Lage sind, in der Nachbarschaften zu fragen, dass wir das jetzt erstmal machen. Genau, wir wollen, 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 wir wollen Der Satz ist in schönen Vindler hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020